Willkommen im Fotostudio. Wir machen heute Armbänder und Ketten. Also dafür braucht man eine Box mit Perlen und Band. Das ist so. Also ich habe jetzt ein Band hier und ein paar Perlen habe ich mir ausgesucht. Dann nehme ich die Perlen und fälle sie auf das Band. Man muss natürlich unten einen Knoten machen, weil wenn man unten keinen Knoten hat, dann flutschen die halt wieder unten raus. Hier habe ich jetzt die fertige Kette. Ich mache da jetzt einen Knoten rein und fertig ist die Kette. Und das war es vom Fotostudio. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gut gefallen.